Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und heute mal natürlich ein kleines GTA 5 Video und ich habe einfach mal gedacht, hey, ich mache heute mal ein kleines Commentary, das passt doch mal, da hätte ich jetzt mal Lust drauf und heute kein Ghosts, nein, heute GTA und ich habe jetzt vor mir noch ein iPad liegen, was ich benutzen werde, um einfach mal etwas herzuholen und zwar das Landflugzeug. Da sagen natürlich viele, hey, du cheatest ja oder so und ich cheate ja, aber viele verstehen einfach nicht, was cheaten bedeutet, viele denken nur Cheater gleich Hacker, obwohl das, was ich hier mache, ist nichts anderes als in einem Singleplayer ein Flugzeug herzuholen, damit ich mal ein bisschen fliegen kann. Also ich finde, GTA gehört sogar schon fliegen, aber es geht ja gar nicht jetzt hier um diese Cheats, sondern es geht eigentlich um ein kleines Commentary über YouTube. YouTube ist ja die größte Videoplattform der Welt und es gibt in meinen Augen ja verschiedene Typen von, ja, Konsumenten. Konsumenten. Der Konsument ist ja der, der diese ganzen Videos anschaut von den sogenannten YouTubern und die Konsumenten, die abonnieren das ja auch dann. So, können wir hier eigentlich auch ein Looping machen oder irgendwas anderes. Ja, genau. Aber es gibt ja natürlich Leute, die gucken sich natürlich nicht nur die Let's Plays an auf YouTube, das gibt es natürlich auch sehr, sehr viele. Es sind ja wirklich Hunderttausende, kann man das noch sagen, Hunderttausende? Hunderttausende, die sich Let's Plays anschauen von Kong, von Saratza, von Commander Krieger, von was weiß ich, alles. Aber es gibt nicht nur die Let's Player, sondern es gibt auch natürlich noch die sogenannten Musik-Junkies. Zählst du vielleicht dazu? Kann das vielleicht sein? Ja, äh, Musik-Junkies, was sind das eigentlich? Ich denke, das sind einfach nur Leute, die zum Beispiel gerne Musik hören und nebenbei ihre Zigarette halt rauchen. Und ja, die suchen halt alles Mögliche. Ja, was gibt es da noch? Natürlich dieses Lookzeug, was jetzt gleich hier abstürzen wird. Ähm, nee, es gibt jetzt natürlich noch Dokumentation, genau. Äh, Dokumentationen gibt es ja wirklich richtig tolle in, äh, auf YouTube. Und das sind wirklich tolle Sachen, zum Beispiel Sachgeschichten mit der Maus zum Beispiel und so weiter. Dann gibt es natürlich noch, äh, Dokumentationen über Präsidenten, über Gold, über, äh, Spieleherstellung. Und dann gibt es natürlich noch die unglaublichsten, lustigsten Sachen, wie zum Beispiel Angelo Merte, Stefan Raab, irgendwelche Videos. Solche Sachen. Und, äh, ich würde gerne mal wissen, zu wem zählst du denn? Bist du eher so ein Let's-Play-Suchti, ein Doku-Suchti oder so einer, der gerne Musikvideos anschaut? Dann kannst du es gerne mal in die Kommentare schreiben. Mich würde es gerne mal interessieren. Und, äh, guckst du nur auf YouTube oder gehst du auch noch auf andere Videoplattformen, wie zum Beispiel Clipfish oder MyVideo? Wobei ich ganz ehrlich zu diesen ganzen Sachen nicht unbedingt viel halte. So. Dass es hier Deutsche gibt, die sagen, scheiß Bullen. Ne, ne, ohne die Bullen, dann hätten wir ein richtiges Problem in Deutschland. Außer Gefecht. Ja. So sieht das nämlich aus. Jetzt könnte ich mir eigentlich noch etwas anderes herzaubern. Ah, die Olympischen Spiele in Sochi wurden eröffnet, sagt mein Computer gerade. Dann mache ich mir mal hier ein Auto neues. Und zwar den Duster. Ich weiß gar nicht, ob ich den Duster überhaupt kennt. Das ist ein ganz, ganz tolles Flugzeug. Ganz, ganz toll. Das habe ich natürlich ein bisschen verdrückt. So, Duster. Achtung, jetzt müsste der Duster erscheinen. In drei Sekunden. So, so, so. X, dann L1-1. Da ist der Duster. Ihr seht ihn nicht. Das ist aber komisch. Da muss ich nochmal das drücken. R, 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 D, 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 X, X, D, D, D. Cheat verweigert. Fahrzeug kann hier nicht geparkt werden. Stopp. Das regt mich natürlich wieder ein bisschen auf. Jetzt muss der Bullen natürlich wieder kommen und mich versuchen hier zu töten. Das schaffst du aber gar nicht. Ja, das war mein Commentary über YouTube, über die verschiedensten Arten. Haut rein auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euer Jukins.com auf der Playstation 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao.